Hey Internet und YouTube. Jetzt machen wir folgendes. Wir stehlen uns. Und bitte nicht nachmachen. Sowas tut man nicht. Dieses Pferd? Verdammt! Wo kommst du her, du? Ah! Ich hau einfach ab. Wieso sitzt du hier auf deiner Kutsche? Ach Gott, der nervt. Hau ab, komm! Lauf! 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 Sorry, Lydia. Wolltest du aufsteigen? Es tut mir leid. Komm! Hüpf drauf! Ach, du bist ja nur ein Sklave. Ich glaube, da bin ich ja genauso schnell zu Fuß. Muss ich sagen. Zumal weiter weg. Honigbrauerei! Vorsicht! Okay, ähm... Wir verwirfen Bau, Baby! Okay, ähm, sorry. Wohin muss ich denn hier rauf? Welche Quest ist markiert? Welche wollen wir machen? Weg der Stimme. Sprich mit den Graubärten. Okay, vielleicht... Okay, wir machen Weg der Stimme, oder? Weg der Stimme. Verdammtes Ding hier. Graubärte... Hier rauf! Hier rauf! Okay, go, go! Noch ein paar Entdeckungen nebenbei, ist doch gut. Immer mit der Ruhe, YouTube, wir haben alle Zeit. Ich hab alle Parts der Welt. Am Lüde tut es mir fast leid. Das ist wirklich... Normalerweise müsste ich mich ja solidarisch erklären und... auch zu Fuß gehen, aber... Ne. Wieso blinkst du? So komisch? Vorsicht, Pferd! Vorsicht! Vorsicht! Da! Schau! Schau! Okay, dann kommen wir wieder zurück zu... Ich weiß nicht, wie das heißt. Flusswald? Ne. Wenn ich mir einen Namen merken könnte. Irgendwas mit Fluss. Oder? Na? Top! Die Wette! Geil! Flusswald! Halleluja! Schon lange nicht mehr hier gewesen. So, hier rauf... Bin ich ja richtig? Keine Ahnung, ich folge in der Markierung. Hey! Hey! Was kann ich mit dir reden? Stopp! Was geht's? Kannst du mit mir mitkommen auch? Ne. Du bist noch ein... Wo ist mein... Oh, das Pferd immer ab, weil ich's... gestohlen habe, oder? Ich geh zurück zu seinem... Bleib hier! Was? Was? Ich wollte das... zurückbringen. Ich befehlige euch, mich sofort gehen zu lassen. Oh, vergib mir, Tane. Ich hatte euch nicht erkannt. Wir tun so, als hätten wir nichts gesehen. Aber selbst der Einfluss des Jarl hat seine Grenzen. Passt nächstes Mal etwas besser auf. Okay, alles klar. Dankeschön. Huch. 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 Geh mal so weg, Mann. Okay. Schnell weg hier, bevor sie sich anders überlegen. Oh, Mann. Seht ihr, man hat nur Probleme mit Tiefeskuchen. Nur Probleme. Hier? Oh, okay. Dann habe ich noch seine... Seine lahme Krücke hier. Oh. Ich bin wirklich gleich zu Fuß. Kann ich das beim Schmied irgendwie verbessern, das Pferd? Oh, was ich erinnere. Oh, killidoki. Komm schon, gib mal wenig Gas. Hallihallo, wen haben wir hier? Freund oder Feind? Feind anscheinend. Ja. Leb wohl, mach's gut. Wird mir gut gedient. Wie er sich aufwärmt. Wie er sich aufwärmt. Der Idiot hat keine Ahnung, was ihm erwartet. Wir verwenden... Ich will das ausprobieren. Hab ich ja noch nicht, oder? Sieht gut aus. Okay, komm her. Machen wir jetzt. Wow. Ha, daneben. Komm, burn! Sauber. Alright. Zweihändig ist schon... Okay. Aber... Wir wollen ja ein wenig die Einhand... ...für Jupon verbessern. Nicht wahr? Gib mir... Dietrich und Gold. Und alles... Oh, und Halskette. Dankeschön. Kannst du mir auch geben. Hat ja kein Gewicht. Okay, ähm... Money. Moment. Krieger? Blocken verbessert. Das verwende ich ja nie. Wunderbar. Oh, 64. Oh... Oh, oh... 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 Wunderbar. Gold, 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 Gold. Ha! Hat sich ausgezahlt. Süße. Dann lasset uns weiterziehen. Überleben wir das? Ja. Gold. Ach, lassen wir es nach Hause gehen. Ich laufe so schnell wie ein Pferd, mir ist das egal. Vor allem schneller als Lydia. Oh, sieben. Wolf? Oder Fuchs? Meistens, wenn ich lenke, ist es ein Wolf, ist es ein Fuchs. Also, was war das? Was geht hier vor? Feuer, Atom, was bist du? Hey, oh, hör auf! Können wir nicht Freunde sein? Können wir nicht Freunde sein? Ja, ich hab's mal funktisch, was ist los? Boah! Okay. Sie explodieren. Keine Ahnung, aber wird's gut sehen. Ha! Ha! Pff! Boah, ich hab ne Allergie gegen Salz. Sorry. Lydia, okay. Danke fürs Hilfen. Was zur Hölle? Oh. Oh, dann krieg ich wieder Schimpf, wenn ich den Töte. Okay. Wächter von... Ehemaliger Wächter von... Das Buch der... Okay. Gold! Zaubertrank ist immer super. Krankheitsheilung! Yes! 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 Magie! Magie! Hm... Boah, ne, bei Objekte, ich Arsch. Objekte. Wo ist es? Wo ist es? Mann, was ich hier schon... Alles nicht benutze! Krankheitsheilung! Heilt alle Krankheiten! Gib mir das! Ich fühl mich... Oh, ich fühl mich gut! Viel besser! Perfekte! Der Kriegestein. Alle Kampfe hätte ich immer 20% schneller. Okay. Ich bin geheilt! Ich bin geheilt! Ich bin wieder gesund! Halleluja! Weiter geht's. Wohin muss ich denn? Ich hoffe. Okay, da kommen wir wieder zum Anfangspunkt. Wunderbar! Jetzt werden wir da alle sagen, warum benutzt der nicht die Schnellreise? Das geht mir alles viel zu langsam! Das ist Skyrim! Ich bin ja nicht auf der Flucht! Eigentlich... Nee, bin ich nicht. Okay, wunderbar! Kannst du mich nicht erinnern, dass der Drache das gemacht hat? Was ist das für eine Tatze hier? Hallo? Lydia, noch da? Lydia? Nee. Gott, wozu? Ich brauche dich nicht, Lydia. Ha! Weiß ich schon. Weiter, 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 weiter. Das ist scheiß anstrengend. Tausend Wege. Tausend Wege. Das ist nicht entdeckt. Aber das ist mir egal. Ich gehe hier lang. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier, Lydia? Ich sehe doch jemanden hier. Gun... Ich folge einfach dem Feind. Hallo? Ich habe dich gesehen. Wer bist du? Wer seid ihr? Freund oder Feind? Oh, da ist der Sturmhändler. Okay. Hoffentlich muss ich nicht wieder Wachdienst schieben. Uninteressant. Erzählt es doch dem Kommandanten. Welche Richtung? Wer macht Seekunstwerke, yeah. Der Mond. Ha, wunderschön. Okay, wenn... Oh, hallo. Na, was machst du hier mitten in der Nacht? Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Was fischst du hier auf dem Berg? Du schlau Kopf. Werf deinen Blick darauf. Zeig mir. Interessiert mich jetzt. Also gut. Und... Hier ist eine Höhle. Ha, ha, ha. Hier ist eine Höhle. Äh, ist eine Höhle. Ich habe noch was entdeckt. Ich habe noch was entdeckt. Oh! Das war kein freundliches... ...ein Deckung. Und hier ist ein Pferd. Wie zart. Das tut nichts mehr so weh. Okay. Komm her. Wir gehen in diese Höhle rein. Und zwar am nächsten Partag. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.